Bei dem Fahrzeug gibt es doch ein paar Besonderheiten. Das heißt, eine Standard-Werkzeugkiste hilft euch da zum Beispiel nicht. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Und wir haben heute ein Renault Scenic, Megane Scenic oder ich weiß gar nicht, ob der jetzt nur noch Scenic heißt. Früher hieß er glaube ich mal Megane Scenic oder jetzt heißt er Megane Scenic oder nur Renault Scenic. Ja, ihr wisst es besser. Das Ding ist Baujahr 2010, Bremse ist runter, das machen wir mal eben. Und zwar Bremsklötze mit Scheiben an der Hinterachse und das Fahrzeug als eine elektrische Feststellbremse. Also ihr müsst das Ding mit dem Tester zurückfahren. Da soll es auch immer Möglichkeiten geben, mit Strom auf dem Motor machen und dann andersrum laufen lassen. Ganz ehrlich, ich habe das noch nie ausprobiert. Ich bin in dieser glücklichen Position, dass ich dafür natürlich auch einen Tester habe. Und an so einem Ding habe ich jetzt auch so noch keine, was heißt ohne elektrische Feststellbremse, habe ich schon gemacht. Und ich bin mal gespannt, ob der King-Bohlen das hinbekommt. Ich gehe da mal schwer von aus. Wenn ihr den Diagnosestecker sucht, zeige ich euch den nämlich. Ich musste nämlich auch erstmal ein bisschen gucken. Und ja, letztendlich würde ich sagen, geht es los. Wir machen Bremsklötze und Scheiben an der Hinterachse bei einem Renault Scenic, Megane Scenic mit elektrischer Feststellbremse. Also Leute, der Diagnoseanschluss, der ist da. Ich habe auch erst im Fußraum geguckt, da ist er aber nicht. In dem Fall müsst ihr praktisch dieses Getränkefach da hinten rausklipsen. Und dann kommt ihr da super dran und könnt praktisch da den Tester anschließen. Ja, der hat jetzt also als Schlüssel nur noch diese Keycard. Und ich mache das ganz gerne, dass ich die Zündung anlasse. Warum? Ich habe mal gehört, es ist allerdings hören, sagen, dass sich oftmals Probleme gibt, wenn ihr später die Bremse wieder ranfahren wollt und habt dann eben die Zündung ausgemacht. Das heißt, normalerweise ist es so, dass ich zum Beispiel bei VW, ich mache dann ein Ladegerät, habe ich jetzt auch da dran, ein Ladegerät an die Batterie und mache dann eben Bremsklötze und Scheiben an der Hinterachse, wenn das Fahrzeug eine elektrische Feststellbremse hat. Jetzt ist aber so, der Schallt die Zündung sowieso automatisch aus. Also macht das wenig Sinn. Das heißt, wir setzen jetzt mit dem Tester die Bremse zurück. Der hat also rechts und links zwei Motoren an den Sätteln. Da gibt es ja auch die unterschiedlichsten Konstruktionen. Der hat das also wie bei VW auch, rechts und links einen E-Motor. Und da müsste das ganze Ding zurückfahren. Und das macht man am besten mit dem Tester. Ich weiß, dass es da wahrscheinlich auch andere Möglichkeiten gibt. Aber ganz ehrlich, ich habe es noch nicht ausprobiert. Was wichtig ist, wir wechseln auch die Bremsscheibe hinten. Und in dem Fall müsst ihr immer ein bisschen aufpassen. Es gibt unterschiedliche Bremsscheibendurchmesser an der Hinterachse. Also immer ein bisschen am besten nach Fahrgestellnummer raussuchen. Und das, was auch vielleicht recht besonders ist, dass bei dem Fahrzeug hier der ABS-Ring mit hier dabei ist. Der Abnehmer und das Radlager. Das soll es wohl auch ohne geben. Ich habe aber keinen Bock drauf, da jetzt an den neuen Bremsscheiben die Radlager umzupressen. Das heißt, du müsstest ja entweder dann neue kaufen oder du würdest die alten dann praktisch hier einpressen. Und ganz ehrlich, das macht wenig Sinn. Und so kannst du wenigstens sicher sein, dass du das praktisch nur ab- und wieder draufstecken müsst. Also das wird als komplette Einheit geliefert. Das ist natürlich von den Kosten her, so, ich muss mal eben an die Seite legen, von den Kosten her natürlich ein bisschen höher. Ja, weil natürlich, wie gesagt, der ABS-Ring dabei ist und da natürlich letztendlich auch noch das Radlager drin ist. Und ihr solltet auf jeden Fall darauf achten, was ihr da kauft. Ja, also deswegen lieber mal in den Online-Shops oder wo ihr kauft, ganz genau hinschauen. Unterschiedliche Durchmesser, manchmal werden die ohne ABS-Ring und ohne Radlager geliefert. Dann ist das zwar günstig, aber wollt ihr wirklich das Ding umbauen? Ich habe da keinen Bock drauf, gerade wenn ihr so einen Ring umbaut, wenn ihr den ein bisschen verbiegt, dann habt ihr in der Theater mit dem ABS. Also da bin ich also an der Stelle bin ich raus. Und ich dachte mir, wir machen das dann daher lieber komplett. So, und jetzt stellen wir eben die Bremse zurück. Ich mache Zündung an, dann zeige ich euch. Also wie gesagt, das soll auch irgendwie so gehen. Mit dem Motor, Strom drauf, verkehrt rum machen und dann geht das wieder zurück. Ganz ehrlich, kann man machen, glaube ich. Also wenn die Leute schreiben, wird es wohl gehen. Aber meins ist das nicht. Und ich mache das jetzt hier mit dem Tester. Oh, das bin ich mal gespannt. Das heißt Bremsenrückstellung bestätigen. Und ja, Verbindung zum Adapter ist da. Ja, und mal gucken. Yes, yes, yes. So, jetzt gucken wir mal bei Renault, was die da schreiben. Renault. Zündung ist an. Fahrgestellnummer. Automatisch. Megane 3. So, und jetzt gehe ich hier auf Special Functions. Yes. Ja, ein bisschen aufpassen. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, aber da steht, dass das Auto jetzt nicht wegrollt. Das spiegelt natürlich jetzt ein bisschen das Display, aber das kann ich jetzt echt nicht ändern. So, und dann könnt ihr jetzt hier. Ja, zurückgefahren. Command Finish. Okay. Und später macht ihr dann hier wieder auf Apply. Das mache ich jetzt ganz einfach mal. Fährt die Bremse wieder zu. Also ich fahre sie jetzt auf und dann machen wir das eben zusammen. Ja, Leute, kleiner Zeitsprung. Ich musste echt nochmal alles zusammenbauen. Man soll es nicht glauben. Weil, ja, wenn das Werkzeug älter ist als die Modelljahre, die man repariert. Und ihr kennt ja bestimmt hier diesen Satz. Ja, also den hat ja, den hat ja, glaube ich, fast jeder von euch. Kostet jetzt mittlerweile nur ein Zwanziger oder so. Hat auch schon ein bisschen gelitten. Also so eine Spindel, die ist natürlich dann auch mal schnell krumm. Und die sind ja super viele Druckstücke drin. Und bei dem Fahrzeug gibt es doch ein paar Besonderheiten. Das heißt, eine Standardwerkzeugkiste hilft euch da zum Beispiel nicht. Also da müsst ihr schon ein bisschen schauen. Und ja, ihr müsst ja den Bremskolben, habe ich ja gezeigt, müsst ihr elektrisch zurückfahren. Und dann wird er zurückgedreht. Und dafür braucht ihr dieses Ding hier. Das ist nämlich so ein Dreikant. Und der ist nämlich in diesen Standardsachen nicht drin. Das heißt, ich habe dann auch probiert, ob ich das damit irgendwie zurückgedreht bekomme. Ich habe nichts geschafft. Wollte natürlich jetzt auch nichts kaputt machen. Was bedeutet, alles wieder zusammenbauen, Auto rausstellen. Und mal eben, wie wir Amazon Prime da zucki, kostet irgendwie 6,50 Euro oder so. Aber manchmal sind es eben genau diese 6,50 Euro, die dann dazu beitragen, dass so ein Auto dann mal eben noch eine Nacht hier stehen bleiben muss. So, jetzt habe ich das. Jetzt stelle ich euch um. Und ich habe die elektrische Feststellbremse jetzt schon zurückgefahren. Das heißt, wir wechseln jetzt eben Bremsklötze mit Scheiben. Und ich hatte es ja schon gesagt, ich habe mich für die Variante mit Radlager entschieden, weil ich mir davon verspreche, eine einfache Montage. Und ganz ehrlich, dann ist hinten neu alles. Und ich glaube nicht, dass wir dann da vielleicht nie mehr dran müssen. Das ist ja dann immer so die Sache. Und wir hoffen mal, dass der oder diejenige dann mit diesem Problem nicht wieder zu uns kommt. Das heißt, ich stelle euch um und dann machen wir eben eine Bremse hinten. Wie immer, als erstes das Rad abmachen. Mal gucken, ob es festgepackt ist oder ob es so losgeht. Das heißt, eine Radschraube wieder rein und dann von hinten einmal mit dem Hammer gegenhauen. Das heißt, hier mit dem Gummihammer gegen den Reifen und nicht gegen die Felge. So, wollen wir mal gucken. Eine Schraube haben wir noch drin gelassen. So sieht das Ganze aus. Und da gibt es hier auch keine Schraube drin. Und wie gesagt, die Feststellbremse ist los. Das heißt, als nächstes müssen wir hier den Sattel abmachen. Und dazu ist es natürlich wichtig, dass ihr vorher die Bremse auch wirklich zurückgesetzt habt. Dann braucht ihr Knarre 13er Nuss. Nummer 1 ist vorgelöst und Nummer 2, mit der großen Knarre kommt ihr dann nur mit einer Verlängerung dran. So, das hat auch einmal nachgegeben. Und dann könnt ihr das hier so abmachen. Hier braucht ihr noch einen 15er, um hier gegenzuhalten. Nummer 1 und Nummer 2. Dann habt ihr das hier quasi schon ab und könnt den Sattel an die Seite legen. Nummer 2. Gucken, ob wir den jetzt hier abbekommen. So schlecht ist die Bremse jetzt noch gar nicht. Aber soll wir gequietscht haben, Geräusche machen. Ah ja, jetzt kommt sie neu. Und könnt jetzt quasi hier die Bremsklätze so rausnehmen. So, und jetzt braucht ihr noch eine 60er Torx. Ist also praktisch auch nicht in jeder Werkzeugkiste drin, T60. Und dann müsst ihr das Ganze hier losmachen. Aber die ist jetzt erstmal nicht so fest. Und da kommt man auch verhältnismäßig gut dran. Nummer 1. Und hier hinten auch. Nummer 2. Ja, das sind also praktisch hier Torx-Schrauben. Und da müsst ihr eben schauen, dass ihr auf jeden Fall da einen 60er Torx habt. Ich verlinke euch mal meinen Torx-Satz unten. So, dann könnt ihr das hier abnehmen. Jetzt kommt als nächstes. Ihr seht, das Ding ist mit Radlager integriert. Was bedeutet, wir müssen jetzt den Deckel hier abmachen. Am besten mit einem Meißel. Dahinter gehen. 180 Grad drehen. Und dann auch wieder da hinten. Abgesagt. Was als nächstes wichtig ist, ihr braucht eine 36er Nuss. Ja, der Standardknarrelkasten hört bei 32 auf. Das heißt, seht zu, dass ihr eine 36er Nuss bekommt. So, wir gehen jetzt hier los machen. Perfekt. Guck mal, das hier so abmachen. Und dann seht ihr, der ABS-Ring, der bleibt sitzen. Das müssen wir jetzt hier, oh, das müssen wir hier weg. Das müssen wir jetzt hier richtig sauber machen. Und ihr seht, das ist ein geschlossenes Lager, was hier drin ist. Da braucht ihr also auch nichts großartig Fetten. Ich mache hier gleich ein bisschen Fett drauf, damit das ein bisschen da drauf flutscht. Aber ihr seht, auch hier ist praktisch der ABS-Ring. Und hier könnte man wahrscheinlich auch nur Radlager einpressen. Aber es gibt da noch Bremsscheiben, die werden ohne ABS-Ring geliefert. Da müsst ihr das Ding auch umbauen. Und das geht meistens kaputt. Und dann Radlager. Und ach, das lohnt sich alles nicht. Das heißt, ich werde jetzt hier das Ganze ein bisschen sauber machen. Hier am ABS-Sensor ein bisschen vorsichtig sein. Ja, weil der sitzt unmittelbar, sitzt der hier. Aber auch von dem Deckel ein bisschen den Rost wegmachen. Ja, ich glaube, das sieht doch schon ganz gut aus. So, jetzt auch hier ein bisschen sauber machen. Ja, sieht doch gut aus. Perfekt. Und das müsst ihr hier natürlich mit diesem Dreikant-Ding quasi den Sattel wieder zurückdrehen. Das mache ich jetzt mal eben. Das könnt ihr ja mittlerweile ganz normal rechts rum zurückdrehen. Und zack, damit das Ganze natürlich auch später wieder da reinpasst. Also die werden trotzdem zurückgedreht. Also die werden sowohl zurückgestellt mit dem Elektromotor als auch zurückgedreht. So. Perfekt. Das, was ihr jetzt so ein bisschen machen könnt, ist, das ist ein geschlossenes Lager. Da könnt ihr ein bisschen Fett drauf machen, damit das Ganze ein bisschen besser da drauf fluckt. Aber ansonsten müsste das eigentlich auch trocken gehen. Aber ist natürlich jetzt hier. Komm, machen wir einfach mal so ein bisschen. Natürlich ein bisschen mit Bremsenreiniger sauber machen. Also entölen quasi, dass sie richtig schön trocken ist. Und jetzt muss die da wieder drauf. Also aufpassen, dass ihr da nichts kaputt macht. Dass ihr da nicht den Sensorring beschädigt. Und manchmal gehen die am Anfang ein bisschen schwer. Aber ihr seht, die muss schon so drauf flucken. Jetzt haben wir natürlich hier auch eine neue Mütter. Die machen wir natürlich auch hier drauf. So, die ziehen wir mal vor. So, nach meinen Informationen kriegt die was um die 220. Schaut lieber nochmal im Netz nach. Komm schon. Jawohl. Und hier ist natürlich jetzt so ein neuer Deckel. Und das, was ich immer mache, das müsst ihr nicht unbedingt machen. Aber manchmal ist das nicht ganz dicht. So, und dann nehme ich hier so ein bisschen Dichtmasse. Und mache das einfach hier so ein bisschen drumherum. Ganz, ganz wenig. Nicht in den Deckel. Aber einfach nur, damit das Ganze einmal rundherum so dicht ist. So, dann muss der Deckel wieder drauf. In dem Fall habe ich jetzt hier so eine alte Lagerschale von einem alten Radlager. Das passt nämlich wunderbar. Und dann können wir das jetzt hier so drauf machen. So, aufpassen, genau, dass wir nicht zu schief sind. Und dann richtig bis zum Anschlag. Und ihr seht, dass sich die Dichtmasse jetzt nach außen hinweg drückt. Und das Radlager ist daher so 100% geschützt. Jetzt müssen wir hier die Auflageflächen sauber machen. Und die Dinger einmal raus machen. Neues Fett dran machen. Da wisst ihr ja, nehme ich ja immer dieses Lithiumfett. Das mache ich jetzt mal eben. Ja, aber die waren jetzt nicht vergammelt oder schwergängig. Ja, aber das muss alles sauber sein. So, mal eben sauber gemacht. Und jetzt machen wir natürlich hier noch neues Fett rein. Das Ding sitzt oben. Und das unten. So, jetzt haben wir hier. Zack. Ein ganz klein wenig. Ja, das reicht schon. Und natürlich an die Bolzen. Hier auch. Ach, muss ich das schon wieder alle. Ich muss mal wieder neues Fett holen. So, das reicht schon quasi. An beiden. Wichtig ist, wenn die gegammelig sind, müsst ihr die natürlich vorher blank machen. Aber hier ist kein Rost, nichts dran. Lässt sich gut bewegen. Und das Ding, hopps. Und das Ding natürlich auch hier. Dann natürlich, wenn es gut werden soll, Cargraf 29. Eins. Und zwei. Ich baue das jetzt zusammen. Und dann können wir das wieder reinsetzen. Bei den Bremsklötzen ist es so, da sind innen und außen jetzt gleich. Da ist kein Pfeil drauf, dass man jetzt sagt, okay, die sind laufrichtungsgebunden. Da kommt nichts in Klammern. Das heißt, hier ist es egal, ob der nach innen oder nach außen kommt. Alles wieder so zusammengebaut. Dann können wir das theoretisch jetzt wieder komplett ansetzen. Ja, wenn ihr das draußen alles zusammen montiert, dann geht das Ganze mal ein bisschen einfacher. Das heißt, jetzt nur noch die beiden Schrauben hier rein. Nummer eins. Und Nummer zwei müsst ihr also praktisch festziehen. Und dafür braucht ihr, wie gesagt, einen 60er Torx. Sonst habt ihr keine Möglichkeit. Jetzt müssen wir nur noch die beiden Schrauben hier drauf machen. Nummer eins und Nummer zwei. Und dann haben wir das auch. Also alles in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen, wie es so schön heißt. Ich habe jetzt alles wieder zusammen. Müsst natürlich noch Radschrauben festziehen und so weiter. Das kennt ihr mittlerweile. Und dann müsst ihr natürlich jetzt auch die Kolben wieder dran fahren. Dann müsst ihr zwei, drei Mal auf die Bremse treten. Und dann natürlich den Bremshüßigkeitsstand auf Maximum auffüllen. Und ich hatte, glaube ich, am Anfang des Videos gesagt, dass ich gerne die Zündung dabei anlasse. Dann mache ich das eben rucki zucki, weil ich schon von dem einen oder anderen gehört habe, dass es besser ist, die Zündung anzulassen mit Batterieladegerät, als die Zündung auszumachen. Da sollen sich wohl manche Steuergeräte schon aufgegangen haben. Das ist aber Hörensagen. Also mir ist das bis jetzt noch nicht passiert. Hier hätte ich das jetzt auch gemacht. Nur hier ist es so, dass die Zündung nach einer gewissen Zeit automatisch ausgeht. Das heißt, wir kriegen natürlich jetzt auch eine Warnmeldung. Hey, Bremse ist nicht in Ordnung. Und das bedeutet jetzt, ich lasse eben runter, mache Zündung an. Und dann hören wir mal eben, ob wir die Bremsklötze wieder herangedrückt bekommen. Und ja, dann können wir eine Runde fahren. Ja, wenn ihr die Zündung anmacht, dann apply, engine stop. Ja, das heißt, command finish. Die Räder müssten jetzt fest sein. Das heißt, wenn ihr die Zündung anmacht und ihr habt die Bremsklötze noch nicht herangefahren, kriegt ihr sofort eine Fehlermeldung. Also sofort im Display halt stop, Parkbremse anziehen und so weiter und so fort. Ja, jetzt gucken wir mal. Die Räder müssen jetzt fest sein. Und ob sie das auch wirklich sind. Und ob sie sich natürlich auch gleich vernünftig lösen lassen. So, das ist fest. Das ist auch fest. Also ich sage den Leuten dann immer, hey, fahr die ersten 100 Kilometer anständig. Man soll natürlich generell anständig fahren, aber Vollbremsung vermeiden. Aber trotzdem, die Bremse wird immer zu 100 Prozent funktionieren. Ich mache jetzt eine Probefahrt, das mache ich ohne euch. Ich muss immer noch die Räder festziehen. Und ja, letztendlich ohne Spezialwerkzeug wird es eng. Also 36er Nuss braucht ihr, 60er Torx braucht ihr. Und ihr braucht den Dreikantrücksteller. Und dieser Rücksteller, der ist auch für Ford und für die VW-Gruppe. Die haben auch diese Dreikantdinger. Das heißt, ihr kauft das nicht nur für den Megane, sondern auch für ein paar andere Fahrzeuge. Ich verlinke euch das unten. Und ja, dann könnt ihr demnächst in einem durchschrauben, während ich dann einfach mal eine Pause über Nacht machen musste. Ja, Leute. Also, bevor ihr jetzt auf Probefahrt geht, schaut noch mal den Fehlerspeicher rein. Ihr hattet ja den ABS-Ring so quasi ab. Und da bitte ich euch nur mal empfehle, den Fehlerspeicher auszulesen. Und dann gegebenenfalls die Löschung nach der Probefahrt nochmal neu abfahren. So, das hätte ich beinahe vergessen. Jetzt ist aber Schluss. Bis demnächst. Ciao, ciao.